willkommen zurück bei father and son play for fun diesmal die 13 folge der story gucken wir mal ob wir auch mal was essen können hier perfekt auch mal was von dem eintopf ab weil wir rackern uns hier ab organisieren das ganze wild da sieht man schon das füllt die kerne auf aber da mehr andere mittelchen jetzt haben wir uns erstmal kaffee rein thank you mr morgan thank you don't worry about it reverend i made a fool of myself again oh jetzt quatscht er uns auch noch zu so ein kaffee perfekt und dann sieht man auch wie es sich füllt ja ich denke wir machen mal die nummer mit uncle was aber sonst noch im plan können nur das machen oder hiermit müsste es kuehler nein wir fahren mit uncle oder sowieso interessiert gesell halleluja jetzt weg mir den mar ha 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 careful not to work yourself to death their own cool i was thinking yeah does it pay well eventually so while the rest of the bus are busy stealing killing lying fighting to try to survive you get to think all day Es ist ein wunderschön, wo wir leben, Arthur Morgan. Du willst in die Stadt gehen? Mal sehen, ob wir nichts mehr finden können. Sure, ich habe ein paar Schritte zu fahren. Great, go check die Horsen sind bereit. Wenn du den alten Mann in die Stadt gehst, kannst du uns auch? Was hast du auch geplant? Nichts. Wir finden etwas für dich alle, wir immer machen. Wir sind aus unserer Minden. Wir haben hier zwei Wochen geblieben. Jetzt, Karin ist bereit, um zu zerstören Grimshaw. Kann Miss Grimshaw spare you? Kann Miss Grimshaw spare you? Was ist passiert, Arthur? Three junge, schade Frauen wollen Sie sie nehmen. Sie sind schade für die Hausaufgaben. Los geht's! Fair genug, du hast mich. Komm schon, dann. Ich kann nicht glauben wir werden sehen, dass wir eine Zivilisation sehen. Es fühlt sich schon seitdem wir das gemacht haben. Ja, Valentin. Sehr embodiment für Zivilisation. Die Mädels werden gleich ein Lied anstimmen. Das ist ein bisschen was zweideutig, glaube ich. Ja, eine entspannte Kutschfahrt hier. Wobei es ja keine Kutsche ist, ist ja ein Verhagen. Die Mädels, singt uns eine Lied anstimmen. Ich habe eine Frau in Berryville. Ich kann mich nicht verletzen, weil sie zu verdammt ill. Ich kann nicht nach unten gehen, mehr als die Blühe-Wars-Land outside der Tür. Geh gleich hier, es ist schneller. Ich habe eine Frau in Valentin. Ja. 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 I got a girl in Beringville, can't get rid of it, she won't stay still. She kicks and spreeze and farts and hollers, won't take less than seven dollars. I got a girl in Beringville, can't get rid of it, she won't stay still. I got a girl across the plain, shared out there like a horse. Look at that Koji, he's all over the place. Oh, goddammit, you, oh, shit, the horses. Is one of you going to get that fellas horse? Oh, I got Lumbago. It's very serious. Ah. Uncle hat übrigens immer eine Ausrede. Oh. Ich kann jetzt auf das Pferd nicht zurennen. Und jetzt können wir uns verruhigen. Woah, now, easy. Easy, it's okay. Make it easy, man. Yeah, there, you got it. Well done, Arthur. Here. Here you go. You're a gentleman, sir. A gentleman. No, not really. I was just trying to impress the women. Haha. Well, anyway, thank you. Jetzt gucken wir mal, ob wir das Pferdchen hier. Können wir das auch untersuchen. Das ist doch kein Scheuerhaus, ist das noch ein anderes hier. Egal. Weiter geht's. Come on, let's go. To Valentine. Woo! You're turning into a regular old fairy godmother there, Arthur. What's that supposed to mean? It means you got a heart. A small one, perhaps, hidden deep inside, but a real one? And you haven't, you're possible lizard. Lizards have hearts. Well, Arthur, I'm proud of you. To be honest, if you lot hadn't been here, I probably would have robbed him. Well, you didn't. Woo! Smell those sheep. Or is that uncle? Oh, very funny. This looks like a decent little town. Other people. Finally. Look at all that snow on the mountains. Sure don't want to be back up there. You think we should have asked Molly to come with us? Oh, no. Miss O'Shea is far too high and mighty now for the likes of us. Or to do any real work. She's a society lady now. Okay. Take a good look around, ladies. Let's see what we got here. Go left here, down the main street. Chair's always on the right. Sure you can pick up some bounties there, Arthur. Heaven forbid you put your head on the line. Yeah, that's a young man's game. Oh, yes. We can get up to some mischief here, all right. Just remember, keep a low profile. Will you remember that, though, Arthur? Probably not. Let's park up down the end there, near the stables. Oh, no. Why does nothing happen here? Ah, I had to go on the way. Tough one. All right. Here we are, just like I said. The cultural center of civilization. Man at his finest. Uncle, what are we doing? Well, we're going to do what any self-respective maniac does. Put the women to work. With pleasure. We'll start at the saloon. Okay, just stay out of trouble and don't get yourselves noticed. Right, I need to get something from the stores. Okay, well, we'll see you at the general store when you're done. Come on, ladies. Imagine we're in Paris. Come on. So that's how you see yourself, is it? A maniac? Well, in my youth, I used to be known as the one-shot kid. Okay. I'm not going to ask why. You are a sad man, Arthur Morgan. But I know you love me. Desperately. You're my favorite parasite. No. Ringworm's my favorite parasite. You're my second favorite parasite. Very funny. I lied. Ringworm. Then rats with the plague. Then you. Shut up. This is the place now. Come on. Afternoon. So, what do you need? Hell, I'll drop a whiskey for a start. You know, something to pass the time while we're waiting on the women. Always thinking ahead, ain't you? You're looking a bit tired there, Arthur. Why don't you pick up some coffee while we're here? Let me know if you have any questions, fellas. Whiskey's on the top shelf, nearest the door. Then, let's buy something. I think the coffee is on the top shelf. Hmm. You're not getting anything, Arthur? Eh, I don't know. Maybe. Let's go over here. Man, man, man. Ah, we're maling a coffee. So, you're actually buying for once? You feeling alright? See this? Young folk got no respect for their elders no more. Eh, I'll schnau'n uns hier mal ein bisschen um. The lamb or the sausage? Well, this here is a sheep town. The lamb is the best in the state. Now I know what the smell is. Well, that's a wrap cheese, alright. Well, that's a wrap cheese, alright. Well, that's all done. Ah, we have a mug. Ah, this should do the trick. Yep, that's fine whiskey. So, da ist der schon angesprochene Percolator. Denn nur damit kann man Kaffee kochen. Ja, und ich würde sagen, das reicht. Was soll das noch? Ach, den soll ich hier kaufen? Dann kaufe ich den doch. Ah, er zieht sich jetzt mal schön in den Böben rein. Dann was saying her sister was takin' a trip from New York or someplace. A train full of rich tourists headin' to Saint-Dené and then cruisin' off to Brazil. Okay. A train laden with baggage and passin' through a bit of deserted country at night as to get to the docks in time for the tides. In some place called Scarlet Meadows. Yeah, I know it. Yeah, yeah, it's right out in their new Hanover. Right, it's real quiet out there. Sounds good. Where's Tilly and Karen? I think at the hotel, they were picking up some drunken fellas that they was gonna rob. Why? It seemed easy. They have been gone for quite a while. I guess I'll go see if there's any trouble. Oh, there's Tilly over there. That does not look ideal. Excuse me. Ja, und wenn's ner Ärger riecht, dann geben wir alles. He's a damn snake for all I care. Get off me. Get off of me. Get your hands off of her. Who are you? A friend of mine. Get the hell off of her, you son of a bitch. Hey. Hey, take it easy. There's no problem here. There will be if you don't get out of here right now. You're making a big mistake, Tilly Jackson. Just get lost. I ain't doing this with you right now. Go away with Uncle and Mary Beth. They're across the street. Okay. Thanks, Arthur. I'm looking for a girl who came in here earlier with a drunk fella, mid-twenties, blonde. You'd remember her. Yeah, they're in 2B upstairs. Are you a friend of his? A friend of hers. Yeah. No trouble now, please. No, no, we don't do anything here. No, 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 no. So. What the hell are you doing here? Trying to play him. Not very well. You okay? Fine. You sure? Yeah. Nothing. Nothing to worry about. Just me and... But... Stupid bastard. Stupid bastard was boasting about the bank. The bank? Sure, I know, small town banks are usually a waste of time, but this is a livestock town. There's lots of cash sometimes. Okay. Ah, we need to get around here. I will. Yeah. There's everything okay over there, right? So, now again. After you. Can I just greet him again? No. Thank you, Arthur. I don't much like being saved, but when I have to be. I understand. You okay? Sure. You only punched me. Arthur punched Tim a lot harder. Yeah. All right now. Hey, who's that guy over there looking at us? Weren't you in Blackwater a few weeks back? Oh, man. No, sir. Ain't from there. Oh, you were. Well, I definitely saw you with a bunch of fellas. Me? No. Impossible. Listen, buddy. Come here for a minute. I saw you. Come here. Go. Get. I don't like this. Me neither. Go get the girls home. I'm gonna go have a word with our friend. Be careful, Arthur. Just a word. Yeah. It's over. Yeah. Hey, that's my horse. Just borrowing it. You stay away from me. Get back here right now. Oh, my God. I didn't mean nothing by it. Oh, my God. There's a girl. Yeah. Yeah. Oh, my God. Please. I can't get up. Why are you telling lies about me? No. No. I got it wrong, partner. I got it very wrong. Now, please help me up. I ain't never been in Blackwater. Then why are you chasing me? I've got an unfortunate face. Yes. Yes. Me too. Now, please pull me up. Please. Just pull me up. All right. Isn't money, though? You okay, partner? No. No, I am not. I'm a mess. Well, you ain't dead. There is that. Jimmy Brooks. I think it's best for both of us if we pretend this never happened. Well, I agree. You saved my life. You're a good man, and I, uh... here. I never saw you. I never saw you. Not now, not now, not, not never. I think we have an understanding. Of course we do. Jimmy Brooks. I will remember that. I've got a good memory. I haven't. I haven't. Not, not one lick. Not one sense in this here old mind. Come on, come on. Oh, then bring we that Pferd here mal eben zurück. Ja, auch ein schickes Pferd, aber ich denke, das bringen wir mal zurück. Am I glad to see you? Here's your horseback, friend. Oh, you really were just borrowing it. Appreciate it. What is this again? Oh, yeah, yeah, yeah. Ja, jetzt, ähm, haben wir hier ein Pferd und können zurücklatschen. Denn unser Pferd hört noch nicht auf uns, glaube ich, aus der Entfernung. Das sieht man daran, dass das Pferd auf der Map ausgegraut ist. Also, werden wir ordentlich zu Fuß gehen müssen. Ich latsche mal in die Richtung. Das erhöht schon mal ein bisschen die Ausdauer. Sonst noch was zu sammeln. Wollen wir unser Pferd haben. Also, wir können es immer noch nicht ranpfeifen. Wir können es noch machen, dann hört man... Erstmal hört man, dass er auch ein bisschen aus der Puste ist. Und da oben steht es, das Pferd ist außer Hörweite. Und deswegen wird es nischt. Wir werden das Pferd natürlich auch klauen können, aber man sieht, die Ehre ist ein bisschen weiter nach rechts gegangen. Aber was da jetzt so leuchtet, das werden wir ignorieren. Das machen wir nach anderem mal. Oh, 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 oh. Wir haben doch hier ein Elixier. Was haben wir hier? Ah, Schlange und Liss von Dead Eye. Ginseng. Ja, gibt die Gesundheitserfahrung. Haben wir auch. Was gibt es sonst noch hier? Hm, 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 hm. Ach. Also wie gesagt, ich kann mich hier in dem Spiel stundenlang gefühlt aufhalten. Das ist einfach super. Also mir macht es wahnsinnig Spaß. Das Pferd ist immer noch ausgegraut. Weißen wir nochmal. Das war hier gerade. So. Mann, 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 ist das eine weite Strecke hier. Wird man schon irgendeinen Fuchs knurren und bellen. Aber wie gesagt, die nächste Erkundungstour. Machen wir nach anderem mal. So. So. Jetzt müsste das Pferd endlich herankommen. Tja, irgendwie nicht. Ach, da ist er denn endlich. Jetzt jumpt er hier richtig rum. So, tipptopp. Also, die Sache mit Angel erledigt. Zurück im Lager. Tja, dann machen wir mal Schluss. Ist ja auch schon spät. Vielen Dank fürs Zuschauen. Empfehlt uns weiter. Abonniert den Kanal. Lasst uns ein Like da. Gibt mir mal ein bisschen Feedback in den Kommentaren. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son. Play for fun. Und bis zum nächsten Mal.